So liebe Leute, ihr wundert euch wahrscheinlich, was ich hier eigentlich gerade tue und warum ich hier so rumlauche. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich im Bild bin. Ganz einfach, ähm, Gott, ist das erste Video, in dem ich vergessen habe, zu sagen, Hallo Wettel, draußen ist da ein Samerwanderer. Das hatte ich noch nie. Fällt mir gerade auf. Egal, auf jeden Fall wollte ich einfach testen. Ich habe nämlich mir in meiner Not ein neues Handy gekauft, weil das alte, das sich langsam zersetzt, Bildschirmfehler und so weiter. Das einzige, was ich mir so leisten konnte, war das, was ich jetzt habe. Das ist, denke ich, aber ganz gut. Das ist das S8 Plus. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber die Kamera soll gut sein. Der Sound auch. Und das will ich mit euch einfach mal testen. Achtet bitte nicht darauf, auf großartige Missgriffe auf der Gitarre oder so. Ihr spielt es einfach mal, My Mother Told Me. Und wir gucken mal zusammen, ob der Sound, das Bild gut geworden ist. Angeblich soll die Kamera gut sein. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht ist auch der Kopf ist abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Ich habe es so ungefähr geschätzt, ob es passt. Okay. Also einfach mal zum Spaß jetzt. My Mother Told Me. My Mother Told Me. Someday I will buy. Gally with good ores. Sail to distant shores. Stand up high in the prow. Noh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020